Ist das gezerrt? Ich kann das schwer beurteilen. Das klingt über die Kopfhörer sehr ruppel, klingt noch sehr sauber. Ich meine, wenn ich so rangehe, ist es gezerrt, aber ich glaube, das Problem ist, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, ist es schon nicht mehr. Und ich kann aber jetzt diesen Nahbesprechungseffekt nicht machen, weil ich das mit den zwei Harbs nicht hinkriege. Das klingt nicht richtig gezerrt. Ich geh mal rüber. Ich geh mal rüber. Du wirst sehen, es ist schon fast auf Anschlag. Ich meine, wir können es noch mehr auf Anschlag. Du bist hören und können bluten. It's the blues explosion, ladies and gentlemen. Hallo, Pobi. Hast du schon den Ohrverstärker? Den Ohr. Ich muss ins Bett. Okay. Was denn? Jetzt hört man nicht, was er da quasselt. So, also sie ist verzerrt. Ich frage jetzt, ob man sie noch mehr verzerrt haben möchte. Aber eigentlich ist sie schon cool. Ich glaube auch. Ich glaube, das wird dann mit meinem Haar anders hören. Ich glaube auch. Uh, ja. Na, los. Doch, das reicht. Ich glaube auch.